geplante abfahrt bei raphaus prinzip 11 uhr 10 uhr 17 fahren in zehn minuten los soundcheck kannst du dir anrufen können wir vergessen alter hier ist der autobahn gesperrt jetzt müssen wir erst mal umweg finden stinkt das hat sie gesagt 15 minuten später knallt er dass der trockenmund war 15 euro ja krieg mal live hier im koax 95,9 so war die grüchen ist da bei ihm ist ein ballettfigürchen ist jetzt mittlerweile ja ganz bestimmt immer feuer was hast du damit wieder vor willst du damit die dann einen rungenkorkel aufkochen ne hat schon fünf feuerzeuge verschieden wo ist mein feuerzeug für deines hast du nicht jetzt gehabt was darfst du denn alle feuerzeuge die die jemals hat das hat von mir gezockt das ist doch schauspieler halt da ja man und jetzt verrate ich euch eine sache weil viele leute fragen mich das immer ich und taze wir haben einen song im kasten der wird nächstes jahr kommen dieser song ich garantiere euch wird alles zerstören wenn der bruder jetzt auf der bühne wäre ihr wisst ihr ganz genau was er sagen müsste wir werden dann alles in den arsch schwingen habt ihr bock auf den song ja ja rp rudel pissen einfach mal den kompletten müller entladen scheiß auf alles die piste der passersport ist ne coach und ne fetten beat repeat aber warum das twin hast du jetzt weggelassen ja das wäre egal dann steckt die große twin hat sie so beim ersten mal ja das war zu aggressiv aber mein wunsch war zu leben wie du das ist aber auch saubig guck mal wir haben noch die ganze wir haben auch noch diese adlibs und die ganzen sicken hinterhunden wenn das rausgestimmt bis die atmen rausklingt das genau dann ist glaub ich der sound auch gleich weg ne warte ich muss die nochmal die erste stelle hören weil da hat sie immer so ne melodie reingebracht ich muss jetzt einfach alles mal sauber machen ne ach so geil sie haben gewa- sie haben gewa- sie haben gewa- ja willkommen zu hate die selbe stelle immer ne ach so halbwäsche abgefahren ja also wir sind hier gerade beim fotoshooting zum cover von welcome to hate da ist die gute twin na ruhig ne aber ich sage gib heute mal partnerlut wir wollen das nur fachlich ein bisschen differenzieren ne ja wir sind auch geschreddert von gestern wenn wir auf dem Haze Tourstopp in Dortmund waren da sind natürlich so einige Probleme mal wieder in die Blutbank geflossen überall die kommen halt alle bis am Abend bei mir aus wir feiern und Party wir haben einen geilen Abend so Weihnachts genau Weihnachtsding halt und am nächsten Abend halt ist 8.12.release-party Keshe mit Philippi wo wir natürlich wir spielen komplette Körperzerstörung wir spielen aber auch unsere Songs ja und jetzt Fotoshooting nach drei Stunden Schlaf fürs Cover und heute Abend wird auch Video gedreht für euch politische Gesinnung hat hier nichts verloren was für politisch wir sind unpolitisch Amen auf jeden Fall schneiden wir mal ein bisschen schade halt dass die Mauer höher ist die wäre geil das ist gut aber schickt mal Pressefotos schickt ihr mir ein Sommerurlaubsfoto so Beachboy Keshe kommt zur Sommerlaunch trinkt eine Weißweinschorle mit dem Brudi trinkt eine Weißweinschorle mit dem Brudi trinkt eine Weißweinschorle mit dem Brudi was habe ich noch geschrieben da kommt noch eine vergess die Brudel nicht es wird heiß werden schickt 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 Das hört sich nur an, den Monat verbreche ich. Das läuft einfach nur, ich befürchte. Ich verstehe dich ganz weg. Ja, verlaufen wir. Ich weiß vielleicht nicht, da ist ja von der Probeaufnahme, da sitzt dann halt der Sven alleine da und grabt. Geile, das ist doch mega. Auf Taschenprofi, da machen draußen einer Fahrt kleiner. Doch wirklich echt, von ihnen ist gar keiner. Serie, ich bin da, bist du grad kleiner, seit 94. Man merkt, da kann ich doch schwitzen mit dem Kamin. Da legt mir der Saft an der Backe hin. Wie ist das? Ja. Ja, ja, es ist ein bisschen kleiner und ein bisschen kleiner. Ein bisschen höher, oder? Ein bisschen, damit es sich auf den Knochen geht. Wow, dann geht das die Schrift nicht so viel auf meinem Fleck. Size, just until here. For, for, more up. This here. Ja, but not, not just the letters, put a bigger, little bit. The letters, yeah, bigger? Okay, I have to make it here again. It's okay? I don't know, if we can do it like this. Ja, ja. It's crazy. There he is. It's crazy. Take in the Knochen rein, oder? Willkommen in Heidt, ihr kleinen Fotzen!